Sie nannten den Tweet von Pretzel, also dem Vorsitzenden in NRW, ein Fehler. Genauso wie Ihre Aussage über Boateng oder aber auch die Aussage von Petri und von Beatrix von Storch zum Schusswaffengebrauch. Das war ein Fehler. Jetzt sagen Sie, wir wollen aber auch provozieren und Provokationen mit in den Alltag einfließen lassen. Wie sollen die Bürger überhaupt unterscheiden, wenn sie hinterher sagen, ach Mensch, das war jetzt wieder ein Fehler. Und nein, das war von uns eine Provokation, die war gezielt gesetzt. Frau Heilig, Sie haben jetzt gerade Beispiele gewählt, die tatsächlich Fehler waren und die uns ja auch gar nicht gut bekommen sind. Woran soll sich der Wähler oder der geneigte Wähler dann festhalten, wenn man nicht genau weiß? An dem, was wir sagen und an dem, was wir formulieren und wo wir nicht danach zugeben, dass es ein Fehler war, sondern das Teil unseres Programms ist. Aber Sie sagen etwas und da muss man im Grunde zwei, drei Tage warten und gucken, ob die AfD es wieder zurücknimmt. Und wenn sie es nicht zurücknimmt, dann war es eine Provokation. Nein, das ist nicht richtig. Obwohl es in der Sache natürlich schon stimmt. Ja, also ich meine, Sie wissen es doch auch, wir reden so viel dummes Zeug, wenn der Tag lang ist, ja, da verlieren wir natürlich irgendwann auch mal den Überblick. Also was jetzt davon, Provokation, ein Fehler oder nur ein großer Haufen Schwachsinn mit Sahnes? Das heißt aber schon, einen braunen Haufen muss man erst kosten, wenn man wissen will, ob das Schokoladenpudding ist oder doch eine Hundescheiße, oder? Oh, 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 oh von so einer ölaugigen Muselmanin auch nicht beleidigen lassen. Also mit Verlaub, ich bin Deutsche, meine Eltern waren irakische Christen und ich bin konfessionslos. Das war außerdem keine Beleidigung, sondern eine ganz einfache Frage. Ja, ja, oh, ja. Da sehen Sie ja jetzt selbst mal, wie schnell das geht mit so einem Fehler, nicht wahr? Ich meine, man traut sich ja gar nicht mehr heutzutage den Mund aufzumachen, weil irgendwo ja auch immer gleich einer von der linken Gutmenschenpolizei kommt und einen dafür verhaften will, in diesem links-grün-versifften Überwachungsstaat der Volksverräter und Kinderschänder. Ja, da war jetzt so viel falsch und schwachsinnig, da weiß ich gar nicht, was das sein sollte. War das jetzt eine bewusste Provokation oder wieder ein Fehler? Och, ich würde mal sagen, das wird sich ja herausstellen, wenn wir die Presseresonanz dazu analysiert haben. Also, wenn wir durch meinen Gestammel hier in der Wählergunst verlieren, dann werden wir zugeben, dass es ein Fehler war. Aber wenn nicht, dann war das alles super. Wie ist das eigentlich überhaupt möglich, dass eine Partei mit so wirrhetzerischem, düsterbräunlichen Gedankengut, die sich quasi nach jeder Äußerung selbst wieder korrigiert, überhaupt zur Wahl antritt? Wie geht das? Nun, das ist ganz eindeutig erstens einmal eine ganz offene Provokation gegen jeden anständigen arbeitenden Menschen da draußen, der für sein Geld noch richtig schuften und auch nachdenken muss, ja, was er sagt und tut und so. Während wir ja ganz real fürs Nichtstun und destruktives Rumstänkern bezahlt werden. Also genau für das, was wir den Altparteien immer vorwerfen. Und deswegen ist es aber zweitens auch ein Fehler, uns überhaupt zu wählen. Denn wir wollen ja auch gar nicht wirklich jetzt an Verbesserungen arbeiten, sondern den anderen Parteien nur, ich sag mal, auf den Flur kacken und ganz schnell weglaufen. Ja, ich würde sagen, sie einzuladen war auf jeden Fall ein Fehler. Ach, ja, ja, ja. Also für jeden denkenden Zuschauer auf jeden Fall mindestens eine Provokation, ja. Ja, ja. 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 Ja.